Wir protestieren hier gegen das Ankerzentrum Abschiebelager Rahlstedt. Offiziell eine zentrale Erstaufnahme, in dem Geflüchtete untergebracht sind. Wir haben hier einen, der dort ehemals untergebracht war, der in der Lage und bereit ist, was zu erzählen. Und das ist das, warum wir hier stehen. Okay, und wie geht das dann weiter? Also wir haben ja vor, genau zu dieser Erstaufnahme Rahlstedt weitere Aktionen zu machen. Wir finden eigentlich schon seit über zwei Jahren, dass in dieser Erstaufnahme Menschenrechte verletzt werden, dass Menschen, Geflüchtete, die dort ankommen, keine Möglichkeit auf ein faires Asylverfahren haben, weil innerhalb von einer Woche das Asylverfahren durchgeführt wird. Traumatisierte Geflüchtete haben keine Chance, sich zu regenerieren, sich darauf einzustellen auf das Verfahren. Es mangelt an Rechtsberatung. Wir erleben immer wieder, dass Geflüchtete zu uns kommen, die eigentlich gar nicht wissen, warum sie zur Rechtsberatung gehen sollen, wie wichtig das zum Beispiel für das Interviews, für die Anhörung ist. Das wird drinnen auch nicht publik gemacht. Wir haben, weil das eben halt fehlt, in Rahlstedt eine Beratungseinheit gegründet. Wir sind immer montags da, von 13 Uhr bis 17 Uhr, wo wir Geflüchteten anbieten, dort Anhörungsvorbereitungen durchzuführen und dort ihre Probleme zu schildern. Wir wollen aber dort in die Unterkunft rein. Wir müssen in Rahlstedt vor Ort sein, um eben halt mit Geflüchteten sprechen zu können und Geflüchtete zu erreichen. Und wir finden es unmöglich, dass die Geflüchteten dort in großen Hallen leben müssen, mit in Räumen, wo die Decken offen sind, wo das Licht morgens zentral angemacht wird, abends ausgemacht wird, wo eine immense Lautstärke ist. Und viele Geflüchtete und gerade Familien empfinden das, was da drin passiert, fast schon wie psychische Folter. Weil Kinder können nicht schlafen, die schreien nachts, sie sind aufgebracht. Geflüchtete, Traumatisierte sind wirklich schon in ihrem Verhalten auch sehr, sehr beeinflusst. Sie können sich überhaupt gar nicht entfalten. Sie finden gar keine Ruhe. Und wir finden, das geht so nicht. Das widerspricht der EU-Aufnahmerechtlinie. Das widerspricht auch elementaren Menschenrechten. Und insbesondere widerspricht es auch der Kinderrechtskonvention der UN. Also Rahlstedt muss eigentlich, so wie es jetzt existiert, geschlossen werden. Und es muss durch eine dem Menschen gerecht werdende Einheit ersetzt werden. Es gibt ja schon eine Reaktion hier von den Grünen. Wir sind ja hier auf dem Landesparteitag der Grünen. Und ich habe mitbekommen, es gibt auch noch Unterschriften, die abgegeben werden sollen. Also es ist halt so, wir haben eine Reaktion auf den offenen Brief erhalten. Das ist also so, dass der Landesvorstand der Grünen uns für nächsten Donnerstag zu ihrer Landesvorstandssitzung eingeladen hat und mit uns über dieses Thema sprechen will. Also es gibt eine Reaktion, dass wir schon festhalten. Wir müssen dann abwarten, was passiert. Auch die Landesarbeitsgemeinschaft Flucht und Migration der Grünen hat uns eingeladen. Also vielleicht können wir etwas bewegen. Vielleicht können wir Menschen dort erreichen. Wir hoffen das jedenfalls. Und wir hoffen, dass diese zentrale Erstaufnahme, die immer mehr die Eigenschaften eines Ankerzentrums annimmt, dass die letztendlich abgeschafft wird und durch eine vernünftige, dem Menschenrechten und der Menschenwürde gerecht werdende Einheit ersetzt wird. Mit wem habe ich gesprochen? Wir haben gesprochen mit Franz Forsmann vom Hamburger Flüchtlingsrat. Vielen Dank für das Interview. Wir haben ein kleines Vorprogramm vor Eintritt in die Tagesordnung. Werden wir dem Flüchtlingsrat die Gelegenheit geben, uns einen offenen Brief zu verlesen. Und ich bitte dafür eure Aufmerksamkeit. Das ist ja so ein bisschen... Wenn man ansteht hier und die Stimmkarte abtun, muss man den nicht unterhalten. Das können wir auch später machen. Vielleicht würden auch die Leute, die da draußen einen Kaffee holen, nochmal reinkommen. Weil es geht schon um ein dichtes Ziel, was uns Grüne auch immer wieder bewegt. Und wo wir auch nicht so vorankommen, wie wir uns so gerne wünschen. Im Detail nochmal. Es wird die Verlesung eines offenen Briefes geben. Es wird eine kurze Rede von einem Vertroffenen aus der zentralen Erstaufnahme falsch geben. Und unsere eigene politische Positionierung dazu. Das, was wir innerhalb der letzten Jahre versucht haben zu verändern und erreicht haben, werde ich euch im Laufe der Sitzung in einer der längeren Auszählpausen dann noch ein bisschen genauer erzählen. Ich würde einfach Aufmerksamkeit also für unsere Gäste und vielleicht eine kleine Begrüßung. Es geht immerhin um ein Thema, was für uns politisch mehr als wichtig ist. Ja, guten Morgen meine Damen und Herren, vielen von Ihnen sind wir eben schon begegnet. Wir sind die, die eben beim Eingang ein offenen Brief und Informationsmaterial vom Bündnis Solidarische Stadt übergeben haben. Wir sind alle Menschen aus antirassistischen Netzwerken, die in diesem Bündnis Solidarische Stadt organisiert sind. Und die meisten von uns arbeiten seit Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten, gegen Abschiebekläste und Lagerunterbringung von Geflüchteten. Im letzten Jahr sind wir vermehrt in Kontakt gekommen mit Menschen, die im Abschiedelager Wahl steht, untergebracht sind. Und weil die Grünen die Kraft sind, die wir jetzt als der liberale Pol präsentieren, sind wir hier, um von Ihnen einzufordern, was eigentlich die Unterbringung von Geflüchteten tatsächlich einzufordern ist. Ich verlese deshalb im Folgenden einen offenen Brief an die Vorsitzende des Landesverbandes, Anna Gallina und den Fraktionsvorsitzenden eines Tages, sowie die Spitzenkandidatin Katharina Fegebank. Mein Name ist Rogier Vizekar. Ich übersetze heute auf Pesig. Ich möchte Ihnen ganz kurz, wie die Situation dort ist, wie die Situation dort ist. Dann darf ich übersetzen. Ja. Ja. Salam. Guten Morgen. Dr scheme. Dr Schwenker Business Dr. Christen Dr. Christen Dr. Matthäu Dr. Christen Dr. außerтор dem Dr. Christen Dr. Mother Dr. Christen Dr. Christen Dr. Christen Dr. Christen Die Kinder leiden sich darunter, dass die überhaupt keine Chance und Möglichkeiten haben, etwas Neues zu lernen oder einfach miteinander spielen zu können. Die Situation ist sehr dramatisch und das Leben von Kindern dort sehr englisch ist. Als ich einen Monat dort gewohnt habe, habe ich einen großen Teil meiner Zeit verbracht. Auf meine Frau und auf mein Kind nur aufpassen, weil ich die Nächte auch wachgeblieben bin, dass mein Kind und meine Frau Ruhe einfach ein paar Stunden schlafen. Vielen Dank. 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 Mein Kind hat während dieser einen Monat sehr schlechte Erfahrungen mit Personal und Polizei bekommen. Und mein Kind, der jetzt einen Polizist sieht, hat furchtbare Gedanken und hat Angst, weil er einen Monat dort zu viel Schlechtes erlebt hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir bedanken uns sehr für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.